So verhält sich ein Babo beim Kofferpacken. Er achtet auf die Koffergröße XL Standard. Seine Kleidung schmeißt er nicht einfach in den Koffer hinein, sondern ist klug und hat ein System. Wo ist denn zuerst? Zum Abschluss sein freshes Hemd lit. Unnötige Dinge lässt er natürlich zu Hause. Sonst heißt es wieder Übergepäck. Kosmetikprodukte legt er nicht einfach in den Koffer, denn dafür hat er seinen Kulturbeutel. Den Koffer drückt er nicht mit Gewalt zusammen, sondern springt darauf herum, sondern schließt ihn geschmeidig. So steht im nächsten Urlaub nichts mehr im Wege.